Im Regenfall ist er aber mit 26 Meter, nämlich hier, da man ja die Ausdauer, dass er so rechnen muss. Wieder standartmäßig mit alarmiert wurde die Rettung, die man pressen oder auch bei technischen Einsätzen, wo man damit rechnen muss, dass es Verletzte gibt, wird automatisch mit der Alarmzeit, also mit dem Zeitpunkt, wo 122 gerufen wird, automatisch von der Alarmzeit.